Was jetzt in der Staatskasse ist, da blickt doch sowieso hier keiner durch. Wieso haben wir Schulden und haben dann doch wieder keine? Wie konnten wir Griechenland so viel Geld geben? Das ist ein System, was ich nicht verstehe. Aber ich habe auch kein Wirtschaftsstudium gemacht. Und ich glaube, die verstehen es auch nicht. Ja, ich finde alles sehr schwierig in Deutschland, was da oben sich abspielt. Da blicken wir gar nicht durch. Und da bedarf es einer größeren Aufklärung, finde ich schon. regi. 2 3 Regiere 4 2 3 4 4 5 4 Vielen Dank.